Amira Pocher kuschelt mit Christian Düren. Und die Retourkutsche von ihrem Ex-Oliver Pocher lässt nicht lange auf sich warten. Im August geben die Moderatorin und der Komiker bekannt, dass sie kein Paar mehr sind. Kurz nach der Trennung wird der Beauty eine Affäre mit Bion Katilatu nachgesagt. Fehlanzeige, wie sich jetzt herausstellt. Statt mit dem Motivationscoach wird sie knutschend mit Christian Düren in Südafrika erwischt. Klar, dass der Entertainer da gegen den Moderator sticheln muss. Im Netz teilt er ein Foto des Ortschills Düren und scherzt Kommt alle nach Aachen. Ich bin sehr motiviert für meine Tour die nächsten Tage. Eines ist sicher. Ollis nächster Seitenhieb lässt sicher nicht lange auf sich warten.